Hallo, ich bin Caro und heute geht es um den Bagger und die frontale Annahme. Das ist meine Beachpartnerin Lilly und zusammen werden wir dir heute den Bagger in Kombination mit der Annahme erklären. Der Bagger ist eines der wichtigsten Elemente im Beachvolleyball. Alleine damit könntest du ein ganzes Spiel durchschreiten. Damit auch du das kannst, werden wir dir heute ein paar technische Erklärungen geben und Übungen zu üben. Der Bagger ist wieder eine Technik von Kopf bis Fuß. Wir starten in den Beinen. Lilly steht dafür etwas breiter als schulterbreit. Sie geht in die Beine, steht dabei leicht auf dem Vorderfuß. Die Belastung ist also vorne. Dann haben wir hier einen leichten Winkel in der Hüfte. Sie nimmt vorne die Arme zusammen, achtet darauf, dass sie die Schultern sauber hochnimmt. Kein Hals ist ein guter Hals beim Bagger. Dann hat sie hier ein schönes langes Brett, führt die Hände zusammen und knickt sie leicht ab, um ein gutes Brett zu bilden. Das hier sollte möglichst alles eine Linie bilden. Für die Hände eine Besonderheit. Darauf ist zu achten, dass sie ineinander gelegt werden und die Daumen vorne nebeneinander sind. Im Moment der Ballannahme sind die Arme fest und Lilly geht mit dem Ballen dem Ball entgegen. Für die erste Übung werden wir gegenüberstehen. Ich werde Lilly den Ball anwerfen, möglichst genau, sodass sie sich auf ihre Technik konzentrieren kann. Sie achtet also darauf, dass die Schultern hochgehen, die Arme zusammen, die Hände nach unten abklappen und sie sauber dem Ball aus den Beinen entgegenkommt. In der nächsten Übung geht es um die Beinarbeit in der Annahme. Wichtig für die Beinarbeit in der Annahme sind Side-Steps. Das ist eine Art Nachziehschritt zur Seite. Und diesen arbeiten wir die ganze Zeit, damit wir nicht zwischenzeitlich die Beine überkreuz senken und dabei baggern müssen, sondern generell immer schön aus der Parallelen arbeiten und den Ball gut vor uns lassen können. Die Übung wird nun darin bestehen, dass ich vorne am Netz stehe als Werfer, Lilly hinten als Annahmespieler. Ich werde die Bälle nach links und nach rechts werfen. Lilly wird unten mit Side-Steps zum Ball kommen, den Ball schön aus den Beinen entgegen mir zurückspielen. Und dann wieder zur anderen Seite gehen. Wichtig ist dabei, dass ihr auf den Winkel in den Arm achtet. Wenn Lilly also zu dem Bagger geht, hat sie hier einen bestimmten Winkel, um den Ball auch nach vorne zu bekommen. Der Winkel in den Arm entscheidet, wie der Ball fliegt. Bedeutet, habe ich die Arme deutlich höher und ändere ich hier den Winkel, fliegt der Ball natürlich auch gerade raus. Wenn ich die Arme tiefer habe und auch hier tiefer im Oberkörper bin, fliegt der Ball weiter nach vorne. In der nächsten Übung arbeiten wir weiter an der Beinarbeit. Zuvor haben wir an den Side-Steps gearbeitet und dem, was wir parallel baggern. Nun arbeiten wir auch an allem dem, was vor uns ist, indem wir mit einfachen Schritten laufen. Natürlich sind wir dabei einen Ticken tiefer und gehen vorwärts. Ganz Besondere an dieser ganzen Geschichte ist, dass wenn wir Richtung Außenlinie arbeiten, wir auch mit dem Außenbein vorne arbeiten möchten. Bedeutet, der Ball kommt vor mich, ich mache einen Schritt und würde dann hier das Außenbein vorne lassen, um den Ball wieder ins Feld zu bekommen. Lilly startet in der Feldmitte, ich werde den Ball nach außen werfen. Lilly achtet darauf, dass das Außenbein vorne ist und bringt ihn zu mir zurück. Geht danach wieder in die Feldmitte, dann bekommt sie den Ball auf die andere Seite, achtet wieder auf das Außenbein, geht danach wieder zurück. Das erfolgt zunächst abwechselnd. Und wenn das schon gut funktioniert, kann man das auch ein bisschen durcheinander werfen. Wichtig ist hierbei auch wieder der Abstand zum Ball. Wenn ich zu dicht am Ball bin, spiele ich nämlich rückwärts und der Winkel in den Armen. In der nächsten Übung arbeiten wir an der Antizipation der Flugkurve und dem Abstand zum Ball. Dafür benötigen wir einen Aufschlagspieler und einen Annahmespieler. Der Annahmespieler wird versuchen, den Aufschlag durch seine Beine hindurch fallen zu lassen. Wichtig ist, dass ihr im Moment der Ballannahme steht und mit den Schultern parallel zum Netz seid. Für die Abschlussübung haben wir hier einen Kreis aufgebaut. Ziel der Übung wird sein, die Annahme in einem schönen hohen Bogen in diesem Kreis zu spielen, damit der Spielaufbau für später möglich wird. Und die Annahme erfolgt nach Aufschlag von der Grundlinie. Das war unser Tutorial zum Bagger und zur Frontalen Annahme. Wenn ihr kein weiteres Video verpassen wollt, abonniert doch unseren Kanal und wir wünschen viel Spaß beim Üben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.